Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch. Und zwar, ihr wisst ja schon, zu einer weiteren Folge, dieses Video endet, wenn... Und zwar spielen wir heute mal wieder eine kleine Challenge, die mir in den Kommentaren vorgeschlagen worden ist. Danke dafür auf jeden Fall. Aber ich werde es ein bisschen modifizieren. Die Challenge lautet, dieses Video endet, wenn ich einen Headshot kassiere oder einen treffe. Ja, ich spiele es so, wenn ich an einem Headshot sterbe oder ich jemanden durch einen Headshot töte. Ähm, ja, ist gleich danach zu vollziehen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Runde wieder. Die Frage ist jetzt, welchen Helden spiele ich, damit ich versuche, Headshots zu landen? Ich würde sagen, wir spielen mal Tracer. Wir haben schon ewig nicht mehr Tracer gespielt. Okay, Headshot Kill, ich komme. Hoffentlich. Ja, seht ja auch so. Und mit Tracer habe ich wahrscheinlich eine höhere Chance, nicht so schnell einen Headshot zu kassieren. Hoffe ich mal. Ich gebe mein Bestes. Ja, Leute, seht ihr doch auch so. Oh, ja. Okay, 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 okay. Wir spielen mal klassische Schnellsuche. Ich habe auch schon wieder ewig nicht mehr gespielt. Okay, okay, okay. Hi. Gut, Leute, ich versuche einfach mal ein bisschen auszuweichen. Zack. Zack, okay. Ich bin soweit, Leute. Ich bin soweit. Was habe ich beim letzten Mal gemacht? Die Terminals habe ich kaputtgeschlagen mit Senior, oder? Das machen wir heute ja auch. Meine Terminals. Niemand checkt hier. Wer hat das kaputt gemacht? Ist mir egal. Ist mir sowas von egal. Gut, 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 gut. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Ich mache diesen Headshot. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, nicht selbst an dem Headshot zu sterben, ja? Drei, zwei, eins. Okay, ist da schon ein Gegner da? Auf jeden Fall war hier irgendwo eine Ash. Unser Weeper. Stirb! Habe ich ihn am Headshot getötet? Nein, habe ich nicht. Schade. Aber er ist tot. Er ist auf jeden Fall gestorben. Gut, 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 gut. Puh. Ich kann mir vorstellen, wo die Widowmaker von denen hockt. Da versuche ich mal hinzugehen. Sitzte ja gar nicht, aber egal. Okay, habe es geschafft. Danke. Ich bin nicht am Headshot gestorben. Tschüss. Tetown. Nein. Heute